Jo Leute, willkommen zu einer neuen One Piece Kapitel Review von Kapitel 1072, das Kapitel mit dem Titel The Weight of Memory, das Gewicht von Erinnerungen, die Tragweite, schwerwiegende Tragweite von Erinnerungen. Ich bin Barker von diesem Kanal Barker Critic, wie jedes Mal habe ich meinen Kumpel Nandos bei mir, ahoi Nandos. Jo, was geht, hi. Was geht, oh. War jetzt eine lange Pause, also ich freue mich wieder auf einen Zufall. Ey, diese Woche habe ich mir einiges aufgeschrieben. Okay. Bevor wir aber starten, oh Gott, du wirst es am Anfang feiern. Bevor wir aber starten, nochmal der Hinweis, Leute, falls es das erste Mal ist, dass ihr euch eine Review von uns reinzieht, warum abonniert ihr nicht gleich diesen Kanal? Dann könnt ihr regelmäßig One Piece Kapitel Reviews von uns abstauben und auch anderen Content. Ich schwöre, es gibt auch anderen Content außer One Piece auf diesem Kanal. Es wäre super, super geil, wenn ihr dieses Video liken und abonnieren könntet, weil diese zwei Dinge ultra dabei helfen, dass diese Videos so ein bisschen in den Algorithmus rutschen. Und ja, kann ja nie schaden, wenn man ein bisschen erfolgreicher ist. Also bitte abonnieren, liken und kommentieren und schaut auch in die Beschreibung des Videos vorbei, weil dort findet ihr Links, wo ihr Nandos und mir auf Spotify, äh, nicht auf Spotify, auf Twitter folgen könnt. Mir könnt ihr noch auf Spotify mit zwei Podcasts folgen, zum Beispiel Never Win, meinem Sportpodcast, wo ich über Fußball und Basketball und so weiter rede. Also wenn euch Sport interessiert, auf jeden Fall da vorbeischauen. Jetzt starten wir. Genau, nice. Warte mal, bevor wir über dieses Kapitel reden, möchtest du irgendwas zum letzten Kapitel sagen? Ich wusste irgendwie, dass du mich drauf ansprichst. Ähm, ja, also wir waren ja und ich vor allem eher so negativ in der letzten Besprechung. Zieh mich da nicht mit rein, zieh mich da nicht mit rein. Ach komm, okay, dann von mir war es nur ich negativ, Baka. Ja, Mann. Das größte One-Piece-Fan findet alles immer richtig geil. Ja, Mann. Und ja, anscheinend war das eine eher unbeliebte Meinung so, also viele fanden das Chapter richtig geil. Äh, und es ist ja auch okay. Es ist natürlich okay so, ähm, ich will jetzt auch niemandem da die Meinung absprechen. Aber genauso wenig will ich irgendwie zurückrudern müssen, zumindest inhaltlich, weil ich bleibe auf jeden Fall bei meiner Meinung. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie eine falsche Meinung hier, die ich gar nicht vertrete, so wiedergebe, weil dann macht so ein Review-Format halt keinen Sinn. Also wenn ich was kritisiere oder wenn ich was scheiße finde, dann kritisiere ich es halt, ist halt so. Ähm, was viele dann aber meinten, ähm, wo ich mir dann natürlich auch an die eigene Nase fassen muss, ist, dass ich halt vieles nicht wirklich mit Argumenten, sag ich mal, unterfüttern kann. Und ich einfach nur viel, ich sag mal jetzt, rumheule, hat auch der ein oder andere geschrieben. Ähm, und ja, das kann halt sein, dass ich dann ab und zu mal in so einem Rant irgendwie falle, ähm, wo ich dann halt nicht wirklich, ja, sachlich bin, keine Ahnung. Ähm, das kann man auf jeden Fall kritisieren, ist ja auch in Ordnung, dass das Leute machen. Ich versuche mir das auch so halbwegs zu Herzen zu nehmen, oder ich versuche es mir zu Herzen zu nehmen, ähm, weil jetzt auch nichts Schlimmes dabei, keine Beleidigung oder so, zumindest nicht, wie ich gesehen habe. Weil ich die Beleidigung entfernt habe, also. Ah, okay, krass. Dann gab es definitiv welche. Okay, krass, ja, dann sind die scheiße, aber das, was ich gelesen habe, so, das war noch alles so im Rahmen, so, das war alles sachlich. Ähm, das versuche ich mir halt schon zu Herzen zu nehmen, aber ihr müsst halt so dann auch, oder dürft halt dann auch nicht vergessen, so am Ende des Tages bin ich halt auch nur so ein random Typ, der sich halt dann einmal die Woche oder alle zwei Wochen, wie auch immer, mit dir halt, mit dem Kumpel hinsetzt und wir reden halt so ein bisschen über One Piece. Ist klar, dass das Leute irgendwie so ein bisschen, äh, wie sagt man, auf die Goldwaage legen, ähm, würde ich wahrscheinlich an eurer Stelle auch machen, aber am Ende des Tages ist es halt auch nur eine Meinung von einer Person, in dem Fall von mir halt, und wenn euch die nicht gefällt, dann könnt ihr das kritisieren, wie gesagt, aber, ja, mehr muss man dazu jetzt auch nicht sagen, glaube ich. Also, ich muss dazu sagen, ich finde, Leute müssen mal ein bisschen mehr chillen, ich finde, hier sind die Prioritäten ganz klar irgendwie durcheinandergekommen, was wir hier eigentlich tun, beziehungsweise die Intention, die wir hier haben. Leute, unser Ding ist nicht, dass wir jede Woche One Piece loben wollen, unser Ding ist, dass wir einfach unsere Meinung sagen, wie uns etwas gefallen hat oder nicht. Und wenn mir etwas nicht gefällt, in dem Fall bin ich sogar der größere One Piece Hater als du im Vergleich, dann sage ich das auch. Wenn ich mich langweile, dann langweile ich mich halt, dann sage ich das auch. Und wenn mir etwas gefällt, dann lobe ich es auch. Ich finde es komisch, weißt du, ich finde es wirklich komisch, dass ich fast genauso viel Flag dafür bekommen habe, dass ich wahr nur gut finde, wie dass ich das letzte Kapitel langweilig fand, so, weißt du? Also, Leute, was machen wir hier? Also, was wollt ihr eigentlich? Soll ich gar nichts loben oder kritisieren? Und deswegen, wie gesagt, ich bin an dem Punkt, wo ich sogar sage, wenn ihr was zu kritisieren habt, dann kritisiert es, das werde ich auch nicht irgendwie entfernen oder so. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Aber wenn mir hier Leute damit kommen, also ich kann die Wörter jetzt nicht sagen, weil dann wird der Kanal irgendwie demonetarisiert, weil YouTube gerade streng drauf ist. Aber da gab es ein paar echt unschöne Wörter, die ich gelesen habe, die ich entfernen musste und sowas geht gar nicht. Und ganz ehrlich, wenn ihr der Ansicht seid, dass ein Kapitel besser ist als das, was wir wahrgenommen haben, dann versucht uns zu überzeugen. Wie wäre es mit, hey Barker, du fandest das super langweilig, aber siehst mal, aus dieser Perspektive, das und das könnte doch deswegen interessant sein. Sowas von mir aus, dann lasse ich mich auch überzeugen, wenn da was sein sollte, aber Stand jetzt verstehe ich immer noch nicht, was genauso gut am letzten Kapitel gewesen sein soll. Also wie gesagt, inhaltlich bleibe ich auch bei meiner Meinung. Es geht, glaube ich, oder es ging, glaube ich, den meisten darum, wie ich die Meinung präsentiert habe, dass ich dann halt viel in so einen, ja, unsachlichen Rant irgendwie abgedriftet bin. Und das ist ja fair, das zu kritisieren, ist ja klar, wird mich wahrscheinlich an eurer Stelle dann auch stören. Ähm, ich glaube aber auch tatsächlich, dass viel irgendwie von meiner Stimme und sowas kommt und wie ich halt Sachen betone. Also ich glaube, ich bin ja im Vergleich zu dir vor allem so eher so ruhig und so. Und irgendwie ist das halt aber meine normale Stimmlage so, keine Ahnung, ob das dann jetzt deswegen unsympathisch irgendwie rüberklingt, rüberkommt oder als würde mich irgendwie gar nichts interessieren. Ich glaube, so rede ich halt, glaube ich, einfach, keine Ahnung. Tut mir ja leid, aber... Wir müssen noch eine YouTuber-Stimme für dich finden. Das ist das Problem. Das ist wirklich das Problem. Weil ich kenne keinen YouTuber, der privat so spricht, wie er in Videos rüberkommt oder in Podcasts oder so. Ja, ja. Selbst Raffi ist ein Typ, der sehr viel ruhiger rüberkommt, wenn man privat mit ihm redet, als in seinen Videos und so. Deswegen, anscheinend bist du noch zu real, ja. Ja, kann sein. Wir müssen ein bisschen mehr Fake aufziehen. Da fehlt auf jeden Fall noch viel. Aber das kann man gut vom Spiegel üben, habe ich gehört. Also, wie wäre es, wenn du da deine Hausaufgaben machst? So, weißt du, wer seine Hausaufgaben gemacht hat? Ichiro Oda. Und weißt du, warum? Guck mal, es gibt dieses Phänomen, das nennt man Two Genius Minds Think Alike. Weil so zwei geniale Hirne denken auf eine ähnliche Art und Weise. Und weißt du, was das Erste war, woran ich gedacht habe, als ich das Kapitel gelesen habe? Nee. Zwei Worte. Erwachte Giraffe. Ach so. Scheiße. Ich will eine Entschuldigung von dir hören. Ich will, dass du dich mit der ganzen Giraffen-Community entschuldigst dafür, dass du die majestätische erwachte Giraffe nicht respektiert hast. Ja, ey, sorry. Also, es tut mir leid. Ich werde jetzt 500 Euro an WWF spenden, um Giraffen zu retten. I don't know. Ja, tut mir leid. Ich habe die Giraffe nicht respektiert. Ja, Mann. Aber ich respektiere sie immer noch nicht. Ekelhaft. Egal. Egal. Kommt mir gleich zu. Bevor ich das Chapter gelesen habe, habe ich erstmal einen Diskurs mitbekommen um das Chapter herum. Und ich dachte, das würde im Chapter vorkommen. Und war dann total überrascht, dass dieser Diskurs überhaupt nichts mit dem Chapter an sich zu tun hat. Oder so. Nur sehr, sehr vage. Ja. Weißt du, was die erste Diskussion war, die ich mitbekommen habe, bevor ich das Chapter gelesen habe? Leute haben sich gestritten. Ich sage dir, sie haben sich gestritten, ob Zorro ein Klon ist oder nicht. Was? What? Ja. Ich folge ja voll vielen so One Piece Content Creators und so, um mal ab und zu zu gucken, ob ich irgendwie was übersehe, was andere sehen. Alter, was? Und ein Shitstorm, den ich mitbekommen habe, ist, dass Leute halt irgendwie so diskutieren. Ja, jetzt, wo wir wissen, wie das mit dem Klon und den Erinnerungen und so weiter funktioniert, ist es doch wohl offensichtlich, dass Zorro ein Klon von Ryoma sein muss. Was? Ach so. What the fuck? Ey, what the fuck? One Piece Community einfach anders. Klon. Aber ja, klar, Klonen macht jetzt natürlich, öffnet eine neue Dimension so für Theorien. Ja, generell ist sehr viel in diesem Kapitel passiert, was uns neue Theorien geben wird. Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall, guck mal, das Ding ist, ich würde jetzt nicht irgendwie großartig sagen, dass ich dieses Kapitel an sich geiler fand als die letzten paar Kapitel, aber hier gibt es wenigstens Punkte, über die ich diskutieren kann. Weißt du, deswegen, allein deswegen macht es das Kapitel für mich ein bisschen interessanter. Ja. Weil ich mir jetzt ein paar Fragen stelle und so weiter. Ich fand auch, es war eine deutliche Steigerung, sogar im Vergleich zum letzten Kapitel. Und das sage ich nicht nur, weil ich nicht noch einen Shitstorm bekommen will, sondern das ist wirklich meine Meinung. Einen Shitstorm, egal. Nee, fange ich schon ab. Ich schaffe das. Weil, wie du gesagt hast, also es gibt hier einfach viel so, worüber man reden kann. Es ist wirklich was passiert, was uns auch unmittelbar irgendwie zugute kommt oder unmittelbar Stoff zum Diskutieren liefert. Und das finde ich halt immer besser als irgendwie so ein vager Teaser, der halt in fünf Chaptern relevant sein kann oder halt auch nicht. So wie wir es halt irgendwie beim letzten Chapter haben. Weil, oh Wunder, wir haben jetzt hier nichts mehr zu Kid gesehen, weißt du, wie es letzte Woche ja noch kurz angeteasert wurde. Natürlich, aber wir wissen noch, wie ein O das schreibt. Genau. Das Kapitel nach der Coverseite beginnt mit diesem Katz-und-Mau-Spiel, dass Bonnie und Vegapunk, Old Man Vegapunk miteinander haben. Und da gab es erstmal eine Sache, die mich ein bisschen verwirrt hat. Erst einmal, Bonnie transformiert sich ja von dieser Baby-Version zu einer muskulösen Version. Und ich hatte bis jetzt den Eindruck, dass sie eigentlich sich nur jünger und älter machen kann. Und frage mich halt, woher kommt dieser ganze, sie kriegt ja original den Kuma-Body so, ne? Habe ich auch nicht verstanden. Also ich dachte auch nur, dass sie sich halt älter oder jünger machen. Oder andere älter und jünger machen. Aber dass sie jetzt irgendwie größer und stärker und muskulöser wird, hat ja nichts damit zu tun, wie alt sie ist. Also das verstehe ich auch nicht so ganz. Vielleicht sieht es nur im Verhältnis aus und ihr Grundkörper ist ein Kind geblieben. Und sie hat so einzelne Teile ihres Körpers älter gemacht. Und deswegen sieht das im Verhältnis so groß aus. Keine Ahnung. Ich habe eine Theorie, über die ich gleich darüber reden will, warum das eventuell der Fall sein kann. Aber auf jeden Fall, wir beginnen erst mal das Kapitel mit diesem Katz-und-Maus-Spiel, von dem wir auch schon letztes Mal gesagt haben, dass wir das jetzt nicht irgendwie großartig funny finden und so. Aber ich fand es dann interessant, dass als Bonnie Vegapunk mit dieser Waffe trifft, aus ihm halt diese Kristallviecher oder Dinger raus springen, als wäre er so Sonic. Und er ist gerade gegen so ein Hindernis gestoßt und so weißt du. Ja genau, den Aspekt von ihrer Teufelsfrucht kannte ich auch noch nicht, haben wir glaube ich auch noch nie so gesehen. Also wirkt auf jeden Fall relativ, also ist ganz cool. Ich frage mich halt, ob das dann bei jeder Person anders ist, weil Vegapunk bezeichnet das hier ja jetzt als die Juwelen seiner Erfahrung. Und vielleicht ist das dann je nach Persönlichkeit, sprießen dann irgendwie andere Gegenstände oder so aus dem Körper raus. Kann ich mir eigentlich schon ganz cool vorstellen. Also es ist eine ganz coole Mechanik, würde ich sagen. Aber ich würde noch eine Sache zum Anfang sagen. Also klar, dieses Katze-Maus-Spiel haben wir ja beim letzten Mal schon kritisiert, finde ich immer noch langweilig und unlustig. Aber was ich halt hier ganz cool finde beim Einstieg in das Chapter ist so dieser Text, so dieser Auszug aus so einem Protokoll oder Erfahrungsbericht von Vegapunk, wo wir halt erstmal noch gar nicht so wirklich checken, über wen er jetzt gerade redet. Er sagt, sie ist eine lebende, atmende Person und sie wird irgendwie der Welt Frieden bringen und so. Und da denkt man dann jetzt im ersten Moment natürlich irgendwie, hey, ist Bonnie irgendwie ein künstlicher Mensch oder so. Das war, finde ich, ein ganz cooler Einstieg so in das Chapter, um uns so ein bisschen irgendwie so eine Frage aufzuwerfen. So, was hat das jetzt irgendwie damit auf sich? Wieso ist das jetzt hier gerade am Anfang des Chapters? Wieso sehen wir jetzt hier da Vegapunks Auszug aus diesem Tagebuch oder so? Und das ist dann halt am Ende des Chapters, wird die Brücke natürlich ganz cool zu Stussy geschlagen. Genau. Das fand ich einen sehr gelungenen Einstieg eigentlich. Also ein cooler Rahmen einfach so für dieses einzelne Chapter. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen, dass Kuma die Red Line hochklettert Richtung Mary Joa. Und ich habe von vielen gelesen, dass das jetzt wieder hier typisch One Piece, zwei Seiten derselben Medaille, so eine Gegenseite zu dieser Szene von Luffy ist, als er damals auf Drum Island diesen Berg hochgeklettert ist, weißt du? Mhm. Okay. Das war es dann auch schon. Das Ding ist mit solchen Parallelen so, das kann ja sein, aber also was soll diese Parallele denn aussagen, weißt du? Guck mal, das ist, da sagst du nämlich was, weil ich habe mich gefragt, gegeben dem Fall, dass das tatsächlich so ist und diese Art irgendwie die Spiegelseite zu Drum Island ist, was tut es, außer eine Parallele zu sein? Genau. Also außer einer visuellen Parallele, weißt du, weißt du, wofür ist das relevant? Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist jetzt keine Kritik oder so, aber manche Leute nehmen manche Sachen als zu tief wahr oder tiefgründiger wahr, als sie eigentlich sind. Manchmal darf man auch nicht unterschätzen, dass gewisse Sachen einfach cool sind, weißt du? Manchmal tut man Sachen für den oberflächlichen Coolnessfaktor, Style over Substance, weißt du? Und dann hast du halt irgendwann, wenn One Piece vorbei ist, all diese Parallelseiten, kann sagen, oh, guck mal, das hier und das hier, das sieht gleich aus. Und dann fragt dich einer, ja und, was mehr? Und dann sagst du, nein, man, die sehen halt gleich aus, das ist es. Ja, aber das Ding ist, dafür ist das so unscheinbar so dieses kleine Mini-Panel, wo man den so wirklich klettern sieht, weißt du? Ja, ja. Um mich so richtig zu catchen. Nicht jedes Sehen, wo jemand klettert, ist eine Parallele zu diesem Luffy-Berg-Steig-Ding. Aber das Ding ist, was ich mich halt legit gefragt habe, ist, warum klettert der überhaupt? Also, kann er sich nicht nach oben katapultieren mit seiner Teufelsfrucht? Also, er ist ja schon dagegen geknallt. Also, ist die Redline vielleicht zu hoch, um drüber zu fliegen? Aber das macht eigentlich auch keinen Sinn, ne? Ich weiß nicht, vielleicht muss er mal seine Kraft von unten nach oben irgendwie schleudern. Ich weiß nicht, ob das ein Ding ist, was nicht geht. Wobei, das würde mich wundern, wenn es das eine Ding ist, was nicht mit seiner Frucht geht, nach dem, was wir hier in diesem Kapitel so alles erfahren. Also, es ist gerade sehr, sehr weird, warum Kuma überhaupt klettert. Generell. Es ist sehr dramatisch, zumindest. Es ist dramatisch. Ich habe einige Fragen noch zu Kuma gleich. Wir haben immer noch diese Situation, dass Bonnie aus Vegapunk irgendwie eine Rückholaktion ihres Vaters herauspressen möchte. Und er deutet halt mehr und mehr an, dass das nicht geht, weil Kuma ihn darum gebeten hätte. Und mit diesem Kapitel können wir jetzt einige Theorien eigentlich darum spinnen, warum das der Fall ist. Weil wir haben, glaube ich, das erste Mal genug Infos oder Ansatzpunkte bekommen, dass wir sagen können, okay, ich glaube zu wissen, was der Fall sein könnte. Bonnie kommt nämlich in einen Raum rein, die sehr auffällig mit dieser Tatze von Kuma markiert ist. Ey, das habe ich mir auch gedacht. So, wenn das wirklich so ein wichtiger Raum ist, so den niemand sehen darf, wieso schilderst du ihn dann sogar noch aus mit, ja, wenn du irgendwas über Kuma erfahren möchtest, dann geh bitte hier rein. Ja, das fand ich auch sehr witzig. Und übrigens sieht Vegapunk in dieser jungen Form, sieht der irgendwie aus wie so eine Twisted-Version von Momo. Ich wollte gerade sagen, Momo. Ach, übrigens, sorry, eine Kritik noch, die ja letzte Woche irgendwie an mir sehr oft auch geübt wurde, war, dass ich anscheinend sehr viele Anglizismen so benutze. Das ist mir gerade eingefallen, weil ich Twisted gesagt habe, ja gut, damit müsst ihr halt leben. Also das werde ich jetzt halt nicht umstellen, keine Ahnung. Dafür entschuldigen wir uns nicht aus zwei Gründen nicht. Erstens Lappen, wer sich über sowas aufregen. Okay, wack. Das habe ich sehr, als ich mit YouTube angefangen habe. Es gibt einfach diese spezifische Art von Kommentator, die es hassen, wenn man englische Begriffe reinwirft. Das ist mir scheißegal. Und zweitens, Leute, wir diskutieren immer auf Basis der offiziellen englischen Übersetzung. Und dann ist es halt manchmal ein bisschen schwierig, spontan irgendwie Codeswitching zu betreiben. Sprich von einer Sprache in die andere zu wechseln. Deswegen habe ich kein Problem, damit einfach mal Begriffe direkt aus dem Englischen zu kommen. Deswegen lebt damit einfach. Was ich sagen wollte, dieser ganz kurze Mini-Flashback, den wir von Vegapunk und Kuma sehen. Weißt du, was mich da am meisten gestört hat? Das waren die Ohren von Kuma. Weißt du, warum? Ich finde das kein Englisch immer von ihm. Weißt du, viele Leute werden sagen, Herr Barker, er hat doch die ganze Zeit eine Mütze gehabt, wo die Ohren zu sehen sind. Wir wussten nur nicht, ob das Teil der Mütze ist oder Teil von ihm. So, jetzt haben wir unsere Antwort. Das Ding ist, es gibt diese Zeichnung von Baby-Kuma oder damals diese ganzen Shichipukai als Kinder gezeichnet hat. Und dort hat der normale menschliche Ohren. Also wo kommen diese Bärenohren her? Ist das Teil seiner Frucht? Heißt das, er hat eine Sohrenfrucht eigentlich? Und er ist ein Halbbärmensch und das ist die ganze Zeit seine Hybridform? Boah. Vielleicht ist das immer noch eine Mütze, nur man sieht sie jetzt halt nicht unter den Haaren. Oder ist das so ein Haarreif? Keine Ahnung, Mann. Oder weiß selber nicht, was er da vorhat, aber egal. Mich hat er seinen Kinn gestört, ich finde, er sieht so richtig, also in diesem einen Bild, wo man ihn so ein bisschen näher sieht, sieht sein Kinn irgendwie so Kinn-Krimson-mäßig aus, keine Ahnung, so richtig langs. Ja, Mann, er hat dieses Chat. Ja, genau. Ultra-Chat. Aber ich weiß nicht, wie fandest du denn inhaltlich diesen kleinen Flashback? Also mir hat er relativ wenig gegeben, wenn ich ehrlich bin. Ich sag's mal so, ich finde seit Wano oder seit G5 erkennen wir hier ja, glaube ich, schon irgendwo eine Tendenz, dass Oda jetzt an dem Punkt ist, dass er mehr und mehr gewisse Sachen erklärt. Von wegen, bei Luffy war's, wie kann es sein, dass er all diese crazy Sachen machen kann, wenn sein Körper nur aus Gummibül steht? Und dann kriegst du die Antwort, er ist eine mystische Sohren und er ist ein Gott eigentlich, er kann machen, was er will. Und bei Kuma hatten wir doch genau dieselben Fragen, so, wie kann die Tatzenfrucht, die eigentlich so cute klingt, dass er einfach nur weiche Tatzen hat, all diesen Scheiß machen, wie, dass er irgendwie Luft zusammenpressen kann oder dass er Schmerzen aus Menschen entfernen kann und anderen geben kann. Oder wie wir halt in diesem Kapitel erfahren, dass er auch Erinnerungen irgendwie entfernen kann und dann als eigene Form irgendwie materialisieren kann. Aber wird das hier wirklich erklärt, findest du? Ich finde schon. Echt? Ich finde schon. Also, es ist weniger eine Erklärung als eine Hypothese, die Vegapunk aufstellt, aber ich finde, diese riesige Kugel, auf die Bonnie stößt, ist eigentlich der Beleg dafür, dass es funktioniert haben muss. Weil wir fragen uns ja die ganze Zeit, was ist eigentlich mit Kuma geschehen? Warum ist er ein Cyborg? Warum hat er seine Persönlichkeit nicht mehr? Und vor allem, warum hat er das mit sich machen lassen? Was war der Beweggrund dafür, ne? Ja. Und ich persönlich hab mir ein paar Sachen zusammengereimt, als ich das gesehen habe. Die Tatsache, dass Vegapunk ja in der Lage ist, mit so einer DNA oder Blutlinie Menschen zu erschaffen und Kuma irgendwie Erinnerungen aus sich herauspressen kann, könnte für mich zum Beispiel ein Anhaltspunkt dafür sein, dass eventuell Bonnie nicht nur seine Tochter ist, sondern vielleicht sogar der Klon seiner Tochter, die er verloren hat. Und weißt du, sie ist jetzt ein künstlicher Mensch mit Erinnerungen, die er aus sich selber herausgepresst hat. Und das war irgendwie ein Deal, den er mit der Regierung eingegangen ist, im Gegenzug dafür, dass er dann deren Lakai wird. Das ist zum Beispiel das, was ich als erstes gedacht habe. Ja, ich hab ja auch, wie gesagt, beim Anfang des Chapters auch erst mal gedacht, dass dieser Tagebucheintrag sich auf Bonnie bezieht. Dann dachte ich aber eigentlich, dass mit Stussy das am Ende widerlegt worden wäre, aber da könnte natürlich so eine doppelte Falle gewesen sein, dass es doch sich auf Bonnie bezogen hat. Ja, warum nicht? Ich würde nicht sagen, dass ich das gegenseitig ausschließe. Es könnte auch wirklich zu beiden passen. Also ich gestand jetzt davon aus, dass sowohl Bonnie als auch Stussy beides Klone sind von anderen Menschen. Und bei Stussy hat es nicht lange gedauert, bis Leute damit gekommen sind, wessen Klon sie eigentlich ist. Und das hat diese ganze, wie heißt dieser Sohn von Whitebeard? Weevil oder so? Weevil, ja. Ja, das hat diese ganze Dynamik jetzt nochmal reingebracht, weil diese alte Frau, die behauptet, Whitebeard geschäkert zu haben, anscheinend die original Stussy gewesen ist. Ach, echt jetzt? Miss Buckingham, ja, ja. Ach, krass. Weil, ähm, das stimmt, guck mal, ähm, diese Mutter von, äh, Dingens heißt Miss Bucking und wenn du auf die Dingens guckst, äh, auf die Karte am Ende, wenn Stussy vorgestellt wird, da steht von, äh, sie ist der Klon von Miss Buckingham. Ja, ja. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Whitebeard Prime Stussy geknallt hat, dann könnte entweder Weevil tatsächlich sein leiblicher Sohn sein, oder natürlich eine weitere Theorie könnte sein, sondern, dass Weevil einfach nur so ein Prototyp-Klon von Whitebeard gewesen ist. Puh. Ja. Und der ist ja offensichtlich dann schiefgegangen halt so, ne, äh, wenn wir ja jetzt nur auf seine Optik gucken. Deswegen, ähm, hat mir dieses Kapitel einiges gegeben, von dem ich nicht gedacht habe, dass es mir gefallen würde. Weil das Ding ist, diese ganze Weevil-Komponente, ich war schon wieder an dem Punkt, wo ich fragen wollte, wofür wurde der eingeführt? Wofür ist der wichtig? Und ich weiß nicht, ob er jetzt relevanter geworden ist, damit, dass wir jetzt erfahren haben, sie ist wahrscheinlich Stussy, die Mutter und so. Und er ist wahrscheinlich irgendwie entweder der leibliche Sohn oder der Klon von Whitebeard. Ja. I don't know. Also, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das ihn interessanter macht, aber er hat jetzt wenigstens eine Verbindung zu der Story, die er meiner Meinung nach vorher gar nicht hatte. Weil der wurde eingeführt, er wurde als neuer Shichibuka irgendwie vorgestellt und dann wurde dieses ganze System fallen gelassen und das war schon eigentlich so, ne? Und jetzt sehen wir, okay, da ist eine Connection zu Whitebeard. Jetzt ist halt natürlich die Frage, inwiefern ist er nützlich für die Story? Ist er jetzt einfach nur ein Hindernis für irgendwas und wir sehen, dass er genauso menschlich stark ist wie Whitebeard? Oder hat er vielleicht sogar Teile von Whitebeards Erinnerungen? Und das könnte irgendwie ein wichtiger Punkt sein, der relevant ist, weil Blackbeard hat ja offensichtlich gerade, wie heißt sie mit den drei Augen nochmal, auf die Sanjis Verlobte? Pudding. Pudding, genau. Er hat ja immer noch Pudding und Pudding hat ja die Fähigkeit, Erinnerungen rauszuziehen und so weiter. Und ich hatte ja vermutet, dass sie die Erinnerung von Garp irgendwie nehmen könnte, wegen God Valley und Hass nicht gesehen. Aber wenn es sich herausstellt, er kann auch die Erinnerung, sie nimmt auch die Erinnerung von diesem Fake Whitebeard und so weiter. Und Stassi Original hat noch sehr viele relevante Erinnerungen. Also Information ist key. Information sind Waffen und das könnte im Laufe der Serie noch relevant sein. Stand jetzt sage ich nur, es ist das erste Mal, dass mich überhaupt diese Seite von One Piece interessiert. Weil vorher war es mir komplett egal. Also Hut ab, du hast echt deine Hausaufgaben gemacht, Mann. Also sehr krass. Also über das meiste hatte ich jetzt nicht nachgedacht, nur anhand dieser Info mit Buckingham's Doocy da. Ich fand an sich eigentlich cool, dass sie halt, also ich fand sie für sich jetzt schon cool. Also ich fand diesen Twist an sich schon cool, dass sie halt ein Klon von einer ist, die mal bei den Rockspiraten war. Also das hätte mir eigentlich so als cooler Cliffhanger des Chapters schon gereicht. Aber ja, du hast es jetzt gerade für mich so sehr, sehr noch weit geöffnet mit Weevil und mit Pudding und keine Ahnung was. Also da ist wirklich extrem viel möglich. Das finde ich sehr, sehr nice. Ich bin jetzt auch gespannt, wie das dann Weevil neu in die Story jetzt bringen wird. Das fände ich schon cool, weil mir war der auch eher egal. Der war ja wirklich ziemlich, ziemlich random einfach. Der wurde so in die Story geworfen. Und wir wussten gar nicht so, was der jetzt machen soll. Da war das System der Shishibukai schon abgeschafft, wie du gesagt hast. Aber klar, jetzt dadurch, dass... Ich dachte halt echt, Stussy, die Original-Stussy wäre jetzt eine neue Figur, die wir dann jetzt halt noch nicht kannten. Aber dadurch, dass es seine vermeintliche Mutter ist, die dann wahrscheinlich auch vielleicht doch sogar eine Verbindung zum Whitebit hat. Also ja, doch, das finde ich schon echt spannend. Das ist cool. Ich frage mich halt, jetzt, wir kriegen ja hier schon so ein bisschen cineastische Szenen. Wenn wir zwischen Bonnie und Kuma rüber switchen. Kuma wird immer mehr von diesen Marinesoldaten angegriffen und geschädigt. Und wir kriegen immer näher einen Zoom an Bonnie, die diese Blase mit den Erinnerungen wahrscheinlich berühren wird. Und ich nehme an, dass das dann ein Flashback triggern wird, der irgendwie darauf hinausläuft. Okay, sie findet heraus, sie ist der Klon seiner echten Tochter und er wollte nicht, dass sie das erfährt. Und ich könnte mir vorstellen, je weiter dieser Flashback von ihr geht oder von ihm, was auch immer. Dass es halt darin mündet, dass Kuma kurz vor seinem Ziel, was auch immer das sein mag, in Mary Joa sterben wird. Denke ich mal, weil dramatisch macht es jetzt absolut Sinn, ihn so zu kennen, auch wenn es One Piece ist. Und wir das normalerweise nicht bekommen, aber ich will mal dran glauben, dass Oda uns jetzt noch überraschen kann. Und ich frage mich halt, warum es für uns relevant ist, dass Bonnie dann diese Erinnerungen bekommt, weißt du? Also, das ist natürlich cool für ihren Charakter-Arc und für Bonnie-Fans auf der Welt und so. Aber ich frage mich halt, inwiefern das für uns relevant ist, was sie mit diesen Infos macht. Also, wird sie den Strohhüten irgendwas verraten, was relevant sein könnte? Wie zum Beispiel, keine Ahnung, sie erzählt Luffy, okay, ich habe die Erinnerung von meinem Vater und der hat mit deinem Vater rumgehangen. Und jetzt kriegst du von mir eine Dragon-Info? Oder könnte es sogar sein, dass Bonnie, ähnlich wie es Lore sehr lange getan hat, uns jetzt sehr, sehr lange Zeit mit den Strohhüten begleiten könnte? Ja, oder halt beides. Weil ich finde halt echt, Kuma ist ja so voll die Wundertüte eigentlich, ist ja echt irgendwie ein Charakter, den viele geil finden und so. Der halt auch so eine krasse Präsenz irgendwo in der Story hat, aber über den wir faktisch halt relativ wenig wissen. Aber der halt so viele Verbindungen irgendwie zu so entscheidenden Leuten auch hat, dass ich das jetzt richtig spannend finde, was Bonnie jetzt hier irgendwie erfahren könnte. Und umso besser, wenn sie dann diese Infos mit aufs Schiff der Strohhüte nehmen könnte und uns da dann jetzt irgendwie so stetig mit diesem Flashback, sag ich mal, versorgen kann. Oder mit den Infos aus diesem Flashback, weil da kann ja irgendwie alles mit drin sein, was irgendwie mit Dragon relevant ist, was irgendwie mit Vegapunk zusammenhängt, was irgendwie mit der Weltregierung zusammenhängt. Also wie gesagt, bei Kuma ist eigentlich alles möglich. Und das finde ich echt nicht nur für ihren Charakter-Arc, sondern auch so für die Story als Ganze echt extrem interessant, dass sie jetzt hier auf seine Erinnerung direkt zugreifen könnte. Oh, weißt du, was eine zweite Parallele zu Drum Island ist? Nee. Was ist, wenn im Laufe dieses Flashback ist, wo wir dann erfahren, dass Kuma halt diesen Klon hat in Auftrag gegeben von Bonnie und er sie unbedingt retten wollte, weil er seine Tochter nicht verlieren will. Was ist, wenn er die Line droppt, Menschen sterben erst, wenn sie vergessen werden? Und das ist ja eine Erinnerung, die wir gerade sehen. Krass. Das wäre schon nice. Das wäre nice, ja. Aber ja, das finde ich echt extrem nice. Ich finde auch diesen Touch irgendwie ganz cool, dass Vegapunk Bonnie erstmal davon abhalten will, dieses Ding zu berühren und sagt so, ey, du kennst doch die Frucht deines Vaters, das ist riesiger, tödlicher Schmerz. Dass Bonnie aber halt genau sagt so, ja, gerade weil ich die Frucht kenne, erkenne ich, dass das seine Erinnerungen sind. Das hat irgendwie sehr zu dieser, wie du es genannt hast, ziniastischen Atmosphäre, sag ich mal, beigetragen, auch mit diesen ganzen Szenen wechseln und so. Also das ist schon echt sehr, sehr dramatisch. Ich hoffe wirklich, dass wir dann, also ich fände so einen ausführlichen Flashback eigentlich schon cool, vielleicht so ein, zwei Chapter, da kann ich mir schon coole Sachen vorstellen. Weil Kuma war ja auch irgendwie so ein König von irgendeinem Königreich. Genau, Sorbet Kingdom. Sorbet Kingdom, so das an sich interessiert mich jetzt nicht so krass so, aber klar, das kann halt dann in diese, ich sag mal, Meta-Elemente von One Piece irgendwie einmünden. Von, oder von der Meta-Ebene der Story, also was das verlorene Jahrhundert und die Weltregierung und Dragon und die Revolutionsgarde und was auch immer angeht. Wir sehen, dass jetzt die Seraphim und CP Zero den Strohhüten auf den Fersen sind. Es bahnt sich ein Kampf an und es kommt, was, ja sowieso, und es kommt, was kommen musste. Oder hat mich erhöht oder hat die gesamte One Piece Community erhöht. Wir sehen den Kampf zwischen Zorro und Eki, Kaku, der jetzt eine erwachte Giraffe ist und ja mehr einem Drachen à la Kaido ähnelt, als der Giraffe, die er vorher war. Ich find, der sieht genauso gleich aus wie vorher, nur dass er jetzt halt so ein paar Flammen am Körper hat. Also so richtig krass find ich das jetzt halt immer noch nicht. Du kannst einfach die Genialität der Giraffe nicht anerkennen. Und ich find's auch immer noch cool, dass jetzt kein großer Kampf irgendwie zwischen den beiden wurde. Also klar, hätte ich mir gewünscht, dass Zorro eine noch bessere Figur irgendwie macht und mit Eki kurz einen Prozess macht. Aber ja, ich meine, musste er sich jetzt auch nicht abmühen oder so. Weißt du, was ich voll interessant finde? Ich war total überrascht davon, dass Kaku keine eigene Seite bekommen hat. Weißt du, so eine Reveal-Page, wo steht, dass er seine Teufelsbrucht erweckt hat. Wir wissen, dass er jetzt nur, weil wir Luchi als Vergleich gesehen haben und Zorro kommentiert, dass er noch nie so ausgesehen hat. Aber er sieht eigentlich genau gleich aus. Und, und, I called it, I fucking, fucking called it, er hat Haki um seine Nase. Du hast mich dafür ausgelacht, als ich diese Theorie aufgestellt habe. Ich hab, guck mal, du musst einfach mal zugeben, dass ich One Piece besser verstehe als du. Ja, auf jeden Fall. Alles, was ich gecallt habe, was Eki angeht, ist passiert. Er ist eine erwachte Giraffe, er hat Haki um seine Nase und es ist ein ebenbürtiger Fight mit Zorro. Nein, es ist kein ebenbürtiger Fight. Bis jetzt sehe ich Kaku noch nicht schwitzen. Ja, aber Zorro auch nicht. Ja, eben, deswegen ebenbürtig. Okay. Ja gut, jetzt ist er eh weg vom Fenster, hoffentlich. Ach, davon treu ich mich. Ich sage dir, noch bevor dieser Arc zu Ende ist, ist das ein Top-5-Fight von Zorro. Ach, komm. Nicht Top-3, aber Top-5, wir werden es schon sehen. Zorro wird noch irgendwas Geiles auspacken und das wird genauso ähnlich ikonisch sein, wie damals, als er gegen diese, wie hieß diese, äh, Walküren-Olle von... Monet, genau. Das wird genauso episch wie da, dieser Moment, als er hier einfach nur Angst gemacht hat. So einen Moment wird es mit Kaku geben. Ja, okay, das würde ich feiern, das würde ich feiern. Ja, Mann, stark, stark. Ja, äh, Luchi ist halt immer noch Luchi. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie das mit den Klamotten funktioniert, wie er immer so riesig werden kann und keine Seite, aber geht kaputt. Das ist irgendwie der Anti-Hulk-Effekt. Und ja, die Strohhüte haben zu Recht Angst vor den Baby-Seraphim, also vor den Baby-Samurai. Wirken alle sehr, sehr bedrohlich. Hier, Baby-Kuma packt seinen Kamehameha aus und so weiter. Und es gibt sehr viele coole Penne von Kaku, muss ich sagen. Ja, also ja, diese Nasenpistole sieht schon cool aus, wie sein Körper sich so wirbelt und dreht. Das sieht schon nice aus. Kann man nicht anders sagen. Aber in diesem ganzen Gemenge, wir wissen nicht, wie das weitergehen kann. Es ist alles sehr random und es ist sehr viel Chaos und so weiter. Es ist auch vor allem, sorry, dass ich dazwischen gerät, aber es fühlt sich halt alles so ein bisschen bekannt auch an. Also klar, ich finde die Seraphim immer noch geil. Die sehen mega cool aus, aber irgendwie so diese Seiten oder diese Szenen einfach, wo sie irgendwie Sachen zerstören und Leute Angst vor denen haben, irgendwie kommt mir das jetzt schon sehr, sehr bekannt einfach vor. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, ich glaube, es liegt daran, dass wir halt immer dieselbe Location haben und es sind immer dieselben Partizipanten in jedem Fight. Es sind immer diese Seraphim und die CP Zero und so. Und keiner ist bis jetzt K.O. gegangen, bis auf die Roboter von Vegapunk. Aber just in dem Moment auf der finalen Seite geht dann Kaku zu Boden, weil Stassi an ihm rumleckt, rumchompt, also ihn beißt, also vampirmäßig ein Stück raussaugt oder rausbeißt. Wir wissen es nicht. Und dann kriegen wir einen großen Reveal. Wir kriegen erstmal mit, dass Stassi ein Klon ist, dass sie jetzt gegen die CP Zero aktiv sein wird und dass sie halt der erste erfolgreiche Klon gewesen ist. Das heißt, wir nehmen jetzt an, sie ist auf der Seite von Vegapunk, verstehe ich jetzt so. Ja, würde ich auch sagen, ja. Genau. Und was macht dieser Reveal mit uns? Wofür ist das jetzt gut? Also, beziehungsweise wie sie uns nützt sich? Also, du hast ja vorhin jetzt schon viel ausgeführt, was das, ich sag mal, für Implikationen hat mit Weevil und mit der Original-Miss Buckingham da. Das lassen wir jetzt erstmal außen vor, weil da habe ich, wie gesagt, im ersten Moment gar nicht dran gedacht. Ich dachte halt erstmal, okay, krass, Rocks-Piraten, immer interessant so, ne. Ah, stimmt, Rocks-Piraten. Die haben ja auch mit Whitebeard und mit Kaido, Big Mom, so Rocks. Über den wissen wir ja an sich selber noch gar nichts, aber es ist halt so eine legendäre Piratenbande. Immer cool, sowas in One Piece zu sehen, so ein bisschen Lore. Dann habe ich aber, genau, dann dieses Mads-Clone-Experiment. Da habe ich halt nochmal geguckt, was dieses Mads-Labor überhaupt war. Und darauf haben diese Cover-Stories der letzten paar Wochen halt, glaube ich, hingearbeitet, wo wir irgendwie Queen, Judge und Caesar gesehen haben und die zusammen mit Vegapunk in diesem Labor ja alle möglichen Experimente gemacht haben. Offensichtlich auch Klon-Experimente. Da halt auch nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen. Mal gucken, wo das hingeht. Das waren so die coolen Sachen. Dann dachte ich aber, ja, schon sehr, sehr random. Jetzt gerade dieser Zeitpunkt, weil Stussy ist ja jetzt schon seit ein paar Kapiteln hier aktiv. Und jetzt gerade entscheidet sie sich halt dazu, jetzt die CP0 zu verraten. Fände ich ein bisschen komisch. Und generell, alles mit Stussy ist halt schon weird irgendwie. Weil das ist jetzt quasi ja schon der zweite Plot-Twist so mit ihr. Wenn ich mich richtig erinnere. Weil erstmal dachte man ja nur, dass sie so eine normale Mafia-Frau ist. Das dachten wir zumindest bei der Hochzeit da von Big Moms Tochter. Dann kam der Reveal, oh, sie ist bei der CP0 krass. Und jetzt kommt der Reveal, oh, sie ist doch nicht bei der CP0, sondern irgendein Klon. Krass. Also ich will das gar nicht schlecht reden. Ich finde es irgendwie weder positiv noch negativ. Ich finde es einfach nur in erster Linie ein bisschen random so. Weil, keine Ahnung, wer ist Stussy überhaupt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Jetzt sehen wir auf jeden Fall, dass sie auch diese Flügel hat. Ah, genau, stimmt. Bei ihr sieht es mehr Fledermaus-mäßig aus. Genau, ich finde, bei ihr sieht es mehr so ein bisschen aus wie bei Robin. Ja, man, daran muss ich auch denken. An ihre Dämonenformen gegen Black Maria. Sieht schon nice aus, also kann man nicht sagen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, das schockierteste Lucci-Gesicht, was ich jemals gesehen habe. Also der hat das ja null kommen sehen, wirklich. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, worauf läuft das hinaus? Also für mich ist das jetzt der Punkt, wo wahrscheinlich überraschenderweise Lucci auch K.O. gehen wird, weil er überhaupt nicht damit gerechnet hat, mit so einer internen Meuterei und so weiter. Und was passiert danach mit ihr? Also schließt sie sich Vegapunk an und Vegapunk hat dann ein chilliges Leben mit Klonen, Stussy so, weißt du? Hat er sich einfach nur Waifu für die Zukunft schon mal bereitgehalten? Also was genau ist hier der Plan? Ja. Weil das würde für mich mehr Sinn machen, als dass wir Vegapunk irgendwie eine Weile bei den Strohhüten mitsehen, mit den ganzen sechs Klonen und so weiter. Für mich wäre es irgendwie logischer, wenn Stussy mit ihm irgendwo hinflüchtet. Ja, fände ich auch tatsächlich besser. Aber ich weiß dann auch nicht, für welches Ziel. Ja, vielleicht fliegen sie zu Dragon oder so und verstecken sich dann bei den Revolutionären. Das könnte sein. So was könnte halt sein, ja. Ja, fände ich auf jeden Fall auch besser, als wenn jetzt Vegapunk echt, vor allem wenn alle Vegapunks jetzt mit uns so auf der Sunny sind, das fände ich echt komisch. Aber was ich noch eigentlich relativ interessant finde, das hätte ich eigentlich fast übersehen, bis du jetzt gerade das angesprochen hast, dass sie halt das erste erfolgreiche Klon-Experiment ist, was natürlich dann die Frage aufhilft, gibt es noch irgendwie weitere erfolgreiche Klon-Experimente, gibt es noch mehr Klone, ist Bonnie vielleicht einer davon. Also das ist halt echt so ein Chapter, wo viele so subtile Fragen oder mehr oder weniger subtile Fragen irgendwie aufgeworfen werden, die halt alle mehr oder weniger spannend sind. Aber dass man jetzt hier zumindest was hat, worüber man reden kann, finde ich halt auf jeden Fall sehr, sehr positiv unterm Strich. Das Einzige, was dagegen spricht, dass Bonnie ein Klon ist, ist die Tatsache, dass sie keine Flügel hat. Ach so. Ach meinst du, das ist jetzt quasi wegen der Seraphim auch, ist das so eine Grundbedingung für Klone, dass die Flügel an, aber ich meine, ihre Flügel sehen ja schon anders aus, als die jetzt von den Seraphim. Ja, aber sie hat welche. Das wäre halt irgendwie komisch, und sie ist halt Nummer eins so, und die neuesten Versionen haben halt auch welche, das wäre halt voll komisch, wenn ausrechtlich die Nummer zwei oder irgendwas in der Mitte halt keine Flügel hätte, oder Bonnie hat sich nie gefragt, warum sie Flügel hat, die sie immer versteckt, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Vielleicht kriegt sie auch so Engelsflügel, nachdem sie die Erinnerung von Kuma bekommen hat, und das ist dann ein großer, so Magical Girl Reveal mäßig. Ja, kann alles sein. Ja, Mann. Ja. Alles klar. Wenn wir jetzt auf Gewinner und Verlierer der Woche eingehen, Gewinner der Woche ist ja wohl eindeutig die erwachte Giraffe. Klar. Auf jeden Fall Gewinner des Jahres können wir eigentlich jetzt schon küren. Chapter des Jahres. Nee, also, ich, also ich, schwer zu sagen eigentlich, also von mir aus schon, ja von mir aus können wir Eki nehmen, als Gewinner, und ja, Stussy hat jetzt halt schon einen coolen Moment hier am Ende des Kapitels gehabt, kann man auch nicht anders sagen, aber an sich, weiß ich nicht, Bonny oder Kuma haben ja jetzt nicht viel gemacht, das ist ja immer noch, also ich finde schon, dass wir jetzt so von dem Storystrang einen guten Fortschritt gemacht haben, aber so richtig aktiv geworden sind sie ja jetzt beide noch nicht, sage ich mal, also zumindest haben jetzt noch nicht aktiv irgendwelche ganz krassen, handfesten Informationen bekommen, was diesen Storystrang angeht. Okay, deswegen würde ich die jetzt nicht wirklich als Gewinner bezeichnen, auch wenn das natürlich eine coole Entwicklung jetzt hier abzeichnet. Aber wie siehst du das? Hast du denn einen Verlierer? Hm. Hm. Also ich finde Vegapunk halt immer noch relativ lame, vor allem halt diesen Hauptkörper da. Hm. Äh, dass er jetzt ein Kind ist, macht ihn nur marginal weniger hässlich, aber unterm Strich finde ich ihn halt immer noch nervig. Ja, von mir aus Vegapunk, aber so ganz aktiv auf den Sack ist er mir auch nicht gegangen, wenn ich ehrlich bin. Hm. Weißt du noch, als irgendwie Leute spekuliert haben, dass irgendwie die Strohhüte irgendwie ehemwürdige Fights mit dem CP Zero haben könnten und dass das so neues Power-Level-Gefälle so zeigen könnte. Und jetzt sehen wir einfach nur, dass Lysop immer noch Lysop ist. Ja, stimmt schon. Ach, übrigens stimmt, da fällt mir ein, wo du Lysop ansprichst. Wo ist Ruffy eigentlich? Weil der war im letzten Chapter, ist er doch bei Lysop und Nami und so eigentlich angekommen und jetzt sehen wir ihn kein einziges Mal. War das nicht so, dass er diesen GF5-Tornado gemacht hatte und dann sich irgendwie selber in einen Aus katapultiert hat? Boah, warte, das lese ich nochmal. Warte mal, ich gucke mal. Also zuletzt war er mit Nami und Co. zusammen. Ja. Und, ja, danach sehen wir tatsächlich nicht, was mit ihm passiert ist. Ne? Ja. Stimmt, der ist zuletzt noch bei denen gewesen. Ne, genau, das mit dem Wirbel war dann noch nicht. Genau, das mit dem Wirbel war weit davon. Okay, das ist krass. Komisch, ne? Dann hat sich genau, äh, Bonny hat sich dann halt irgendwie davon geschlichen, um Vegapunk zu jagen, aber dann haben wir nix mehr von ihm gesehen. Obwohl wir halt jetzt in diesem Chapter viel von Lysop und Nami eigentlich zu sehen bekommen haben. Ja, das hab ich mich gefragt. Weird, weird. Egal. Ja, er wird sich schon aufklären. Genau, er wird wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von, äh, Toro auftreten. Ja, ja. Finde ich auch. Oh, äh, weißt du was, warum Eki auch der Gewinner überhaupt ist? Warum? Äh, an einer Stelle, wenn er gegen Toro kämpft, macht er so einen Tornado-Hals und diese Technik heißt Kili-Man-Gyro. Wegen Gyroscope und Drehungen und so weiter. Es ist ein Wortspiel. Ja, heftiger Typ. Es ist witzig. Heftiger Typ. It's supposed to be fun. Ja, ähm, ein bisschen schwierig, bei Lira ja Wochen zu sehen. Ja, ich finde, es war halt auch mehr so ein Chapter, was halt von diesen Informationen geprägt wurde, anstatt von so einzelnen Aktionen von Charakteren oder so, weißt du? Ja, man, auf jeden Fall, bei Lira, jeder, der die Giraffe nicht wertschätzen kann. Could be me. Ich glaub, das kann... Ich feier's, es ist ein gutes Chapter, also es hat mir sehr viel mehr Spaß gemacht als das letzte Chapter. Und das ist so das Ding, Alter, hier gibt's höchstens Dinge, beim letzten Chapter waren es halt nur Dinge, die wir schon gesehen haben. Hier sind wenigstens ein paar neue Dinge dabei gewesen, über die man ein bisschen diskutieren kann oder auf die man reagieren kann, deswegen alles, was aus mir eine Reaktion hervorruft, ist erstmal interessant, deswegen ein stabiles Chapter. Auf jeden Fall, ja, unterschreib ich so. Ja, geil, 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 alles klar. Hast du noch irgendwas zu ergänzen zu dem Chapter? Nee, äh, ich bin jetzt froh, dass es nächste Woche jetzt weitergeht, dass wir nicht wieder so eine längere Pause haben, also... Ja, wieder... Ich mag One Piece wieder. Moanus ist wieder ein One Piece-Man, sehr gut. Das habt ihr nur geschafft, indem ihr ihn gemobbt habt. Also bitte... Danke, danke. Bleibt dran. Nein. Nein, bitte seid nütter. Wenn euch diese Review gefallen haben sollte, dann bitte, bitte, Leute, vergesst nicht, das Video zu liken und zu kommentieren, weil diese zwei Dinge ultra wichtig sind, damit diese Videos auch in die Empfehlung von anderen Leuten geraten. Und natürlich abonniert den Kanal mit Glocke und hast ihn nicht gesehen. Ich verspreche, es werden auch nicht One Piece-Sachen irgendwann mal wieder rauskommen. Und schaut bitte in die Beschreibung vorbei. Dort findet ihr unsere Twitter-Links und wo ihr mich auf Spotify zum Beispiel mit realem Sport über Fußball und Basketball reden und ranten hören könnt. Auf jeden Fall. Never Win heißt dieser Podcast auf Spotify. Also bitte folgt uns auch da und gebt uns fünf Sterne. Das wäre super, super gut. Und wir sehen uns dann mit der Review zum nächsten Kapitel 1073. Genau. Bis dahin. Ciao und Giraffen-Greatness, Alter. Ciao.